Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Thomas Sietel aus Eppertshausen und Helene Fischer meiden seit Bekanntgabe ihrer Beziehung öffentliche Auftritte. Ein Video bringt nun eine überraschende Wende. Eppertshausen Seitdem Tänzer Thomas Sietel aus Eppertshausen und Sängerin Helene Fischer ihre Liebe öffentlich gemacht haben, scheuen sie gemeinsam das Rampenlicht. Medien spekulierten zwischenzeitlich sogar, dass die beiden sich getrennt hätten. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt beim Schlagerboom beweisen Thomas Sietel und Helene Fischer allen das Gegenteil. Beim Schlagerboom in Dortmund rührte Helene Fischer ihren Ex-Freund Florian Silbereisen mit einem Beraschungsauftritt zu Tränen. Die beiden ehemaligen Partner umarmten sich, schwelgten in Erinnerungen und lobten sich gegenseitig. Viele spekulierten bereits über ein Liebes-Comeback, doch das ist in weiter Ferne. Was viele bei Helene Fischers Auftritt nämlich nicht wussten ist, dass sie nicht alleine zum Beraschungsbesuch mit Florian Silbereisen kam. Denn ein vom ersten veröffentlichtes Backstage-Video enthüllt jetzt die komplette Wahrheit, als Helene Fischer aus einem schwarzen Pfann steigt, kommt ein Mann zum Vorschein. Es handelt sich um Thomas Sietel aus Eppertshausen. Er dreht zwar seinen Kopf zur Seite, um nicht erkannt zu werden, doch zu spät. Seitdem die Öffentlichkeit weiß, dass Helene Fischer und Thomas Sietel sich lieben, hat sich das Paar noch nie offiziell in der Öffentlichkeit gezeigt. Beim Beraschungsauftritt von Helene Fischer beim Schlagerboom war er jetzt allerdings dabei und hielt sich wohl Backstage auf, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Und Thomas Sietel gefiel sicherlich, was er dort hörte. Seine Freundin Helene Fischer erzählte auf der Bühne beim Schlagerboom ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen doch glatt, dass sie die letzten Monate der Auszeit genutzt habe, um ihrem Freund Thomas Sietel aus Eppertshausen mehr aus ihrem Leben und ihrer Heimat zu zeigen. Viel mehr Anerkennung für den neuen Freund geht fast nicht mehr. Auch wenn ein Liebes-Comeback von Florian Silbereisen und Helene Fischer unwahrscheinlich ist, gute Freunde sind sie noch immer. Das zeigt der Auftritt beim Schlagerboom, über den Helene Fischer noch einmal im Interview mit dem ersten spricht. Die Überraschung ist gelungen. Zumindest habe ich das in Florians Augen gesehen. Und ich musste mich sehr zusammenreißen, dass ich nicht auch anfange, zu weinen. Es war auch ein sehr emotionaler Moment. Aber das Schöne ist ja, wir sind nach wie vor ganz ganz dicke und gute Freunde und das macht man eben auch für tolle Freunde. Von daher, ich freue mich total, dass ich da war, erklärte Helene Fischer. Ganz in ihrer Nähe war ihr Freund Thomas Sietel aus Eppertshausen. Vielleicht folgend jetzt noch mehr gemeinsame, öffentliche Auftritte. Was viele zudem nicht wissen, Thomas Sietel steht sogar im Guinness Buch. 2008 nahm er an der RTL-Fernsehsendung Guinness World Records teil und sicherte sich in einer etwas skurrilen Art und Weise einen Platz im begehrten Guinness Buch. Seine Aufgabe, möglichst viele Unterhosen übereinander zu ziehen. Der damals 23-Jährige aus Eppertshausen schaffte 82 in nur 5 Minuten, berichtet ob online bestern. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Sehen Sie sich das folgende Video an.